Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier im Kanal. Mein Name ist Jens Peters und heute schauen wir uns die Sunto Nine Peak mal genauer an. Laufuhren sind für mich so ein emotionales Thema. Die Uhr ist für mich ein technisches Gerät, auf das ich mich verlassen können muss. Ich will nicht, dass die Uhr mir falsche Herzrückgrenzwerte, falsche Entfernungen oder Geschwindigkeiten angibt. Ich will nicht, dass die Uhr einfach mitten in der Aktivität ausgeht oder beim Übertragen auf den Rechner irgendwelche Probleme auftreten. Im besten Fall ist die Uhr da, aber man beschäftigt sich nicht groß mit ihr, weil sie einfach funktioniert. Und damit kommen wir zum heutigen Testgerät, der Sunto Nine Peak. Das Gerät ist im Juni auf den Markt gekommen und ist eine Weiterentwicklung der Sunto Nine Barrel. Die meisten Funktionen würden übernommen, um ein paar weitere Ergänze und dabei noch ein schickeres Gehäuse gepackt. Fangen wir genau damit mal an. Das Gehäuse. Das sieht nämlich wirklich schick aus, erinnert eher an eine Smartwatch und ist je nach Materialausführung, davon gibt es unterschiedliche, zwischen 52 und 62 Gramm schwer. Die Uhr ist nur noch 10,6 Millimeter dick, im Vergleich zum Vorgänger, der noch 5 Millimeter mehr auf dem Bokel hatte. Das Display hat 240x240 Pixel und ist per Touch bedienbar. An der Seite befinden sich drei Knöpfe, die alternativ genutzt werden können, zu der Touchbedienung. Die Knöpfe haben einen super Druckpunkt und klicken richtig, richtig gut. Leider spiegelt das Display aus Saphir-Glas relativ stark und ist zudem sehr, sehr anfällig für Fingerabdrücke. Was erst beim Betrieb der Uhr auffällt, ist, dass das Display einen durchaus breiten Rand hat und damit große Teile des Displays gar nicht genutzt werden. Dadurch ist die Lesbarkeit auch eher durchschnittlich. Wer schlechtere Augen hat, der sollte das Display mit nicht zu vielen Daten überfrachten, sonst muss man die Lupe rausholen beim Laufen. Die Hintergrundbeleuchtung passt sich automatisch der Umgebung an, was in der Theorie gut klingt, aber bei dem generell nicht ganz so gut lesbaren Display nicht für eine Verbesserung sorgt. Speziell, wenn man nachts läuft. Da hatte ich nämlich immer wieder Probleme zu entziffern, wie schnell ich laufe und was da überhaupt passiert auf der Uhr. Erwähnenswert bei den Knöpfen an der Seite ist, dass sie relativ nah an der Haut liegen, was zum einen dazu führt, dass man sie aus Versehen so gut wie nie auslöst, das ist gut, aber auch manchmal ein bisschen fummeln muss, um sie überhaupt zu bedienen. Generell ist die Uhr auf jeden Fall auch für Menschen mit kleineren Armumfängen geeignet. An meine Spargelärmchen sah die Uhr nicht so überproportional groß aus, was ich sehr angenehm fand. Das Silikonband ist dehnfähig und ist angenehm zu tragen. Schick auch der Knopf am Ende des Armbands, sodass das überschüssige Band nicht irgendwo rumschlackert. Kommen wir nun zu den Funktionen der Uhr und dabei ähnelt die Uhr natürlich vielen anderen Geräten derselben Preisklasse. Herausstechend sind in der Funktionsliste der intelligente Batteriemodus, über 80 verschiedene Sportmodi, die Möglichkeit zur Navigation, Wetterfunktion, Blutsauerstoffmessung sowie die sogenannte Snap-to-Route-Funktion. Auf ein paar Sachen will ich jetzt nochmal genauer eingehen. Beginnen wir mit dem Starten einer einfachen Aktivität und ich will mich hier auf die Läufer unter uns konzentrieren. Dafür müsst ihr ein Bewegungsprofil auswählen, wovon es eine riesige Auswahl gibt und die ihr selber individuell über die App anpassen könnt. In dem Sinne, dass ihr euch auch darüber die unterschiedlichen Displays einrichtet mit unterschiedlichen Anzeigen. Ich muss zugeben, dass ich wirklich lange gebraucht habe, bis ich das in der App gefunden habe, wo das denn einstellbar ist, aber dann funktioniert es einwandfrei. Und da muss man auch sagen, Uhr und App, die funktionieren nach einer Zeit gut und lassen sich gut bedienen, aber viele Dinge erschienen nicht wirklich intuitiv. Überhaupt ist die Bedienung eher schwierig. Touch und Tasten sind beinem nutzbar. Es gibt aber auch Situationen, wo bei mir nur eine Bedienart funktioniert hat. Also eine Bedienart. Zudem reagiert die Uhr einfach zu langsam auf Aktionen. Wenn ich nach oben oder unten wische, zählt man gefühlt bis 1, 2, bis man beim nächsten Menüpunkt angelangt ist. Und hinzu kommt, dass ungeduldige Menschen bestimmt in dieser Zeit schon mehrfach Tasten oder das Display gedrückt haben und damit dann den nächsten Befehl in Auftrag gegeben haben. Das kann entweder an der Software liegen, das wäre dann vielleicht mit dem Firmware-Update in Ordnung zu bringen, oder der Prozessor, der Uhr, ist der ausschlaggebende Grund. Aber davon wollen wir mal an dieser Stelle bei einer ganzen neuen Uhr von 2021 nicht ausgehen. Zurück zum Starten einer Aktivität und der Qualität des GPS-Systems. Das ist ja immer ein Thema bei allen, die diese Uhr nutzen. Das GPS-System hat bei mir okay funktioniert. Ich hatte immer wieder Aktivitäten, die sich um 100, 200 Meter von den eigentlichen Entfernungen unterschieden. Und das sogar bei Streckenlängen von 6 bis 10 Kilometern. Hier interessant ist die Snap-to-Route-Funktion, wo man eine vorher definierte Route auswählt und läuft. Und solange man sich in der Nähe dieser Route befindet, da wird man automatisch auf die eigentliche Route korrigiert. Also, wenn die Route auf der Mitte der Straße verläuft und man zwischen den Straßenseiten beim Laufen hin und her wechselt, dann wird immer die Strecke in der Mitte verwendet. Das kann nützlich sein, zum Beispiel bei Wettkämpfen. Weiterhin interessant beim GPS-Modus, dass man diesen unterschiedlich einstellen kann, je nachdem, ob man 100 Kilometer oder 10 Kilometer läuft. Ob man mehrere Tage unterwegs ist oder halt einfach nur einen klassischen Lauf einlegt. Dies führt dazu, dass entsprechend weniger Ortspunkte gespeichert werden, aber die Batterie bis zu 150 Stunden halten soll. Also für Ultraläufer bestimmt spannend. In den zwei Testwochen habe ich die Uhr kein einziges Mal geladen. Allerdings habe ich sie jetzt auch nicht ständig am Arm gehabt, um zum Beispiel durchgängig Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz oder meine Schlafzeit zu messen. Zwei Wochen sollten aber locker drin sein und dann lässt sich die Batterie über das neue Ladegerät innerhalb einer Stunde wieder voll aufladen. Also echt top. Kommen wir zur optischen Herzfrequenzmessung während des Laufens. Das funktioniert leidlich. Wenn man aber einen ordentlich kräftigen Arm hat, das Arm an straff gespannt hat, dann kommen in der Regel sehr ähnliche Werte wie beim Brustgurt heraus. Sonst gibt es halt die üblichen Probleme bei dieser Messerart. Das heißt, die Aufzeichnung einer Aktivität, also beim Laufen zum Beispiel, funktioniert im Großen und Ganzen gut mit kleinen Abstrichen halt beim GPS und der Herzfrequenzmessung ohne Brustgurt. Die Synchronisierung mit Diensten eurer Wahl funktioniert dann nach der Aufzeichnung ohne Probleme über die Sunto-App. Dies funktioniert ohne, dass man extra die App starten müsste via Bluetooth. In der App könnt ihr euch die Aktivität dann nochmal anschauen, mitsamt aller Daten. Die App selber ist übersichtlich gestaltet, zeigt neben den Aktivitäten auch Infos zu gesammelten Gesundheitsdaten. Und das Highlight finde ich, das ist in der App der Navigationsmodus. Hier lassen sich sehr, sehr unkompliziert Strecken anlegen, die man dann auf seine Uhr laden kann und für diverse Aktivitäten nutzen kann. Was ist noch zu erwähnen? Es gibt eine Blutsauerstoffmessung. Ich hatte jedoch keine Vergleichswerte zum Überprüfen der Verlässlichkeit. Mit dem Wert selber kann nichts weiter angestellt werden. Die Funktionen scheinen auch so in den Kinderschuhen und da ist sicherlich noch Potenzial für Weiterentwicklung. Interessant wäre es zum Beispiel zu sehen, wie sich der Wert während des Schlafens verändert. Die Uhr hat einen barometrischen Höhenmesser, den bekommt man meist erst in Geräten ab 500 Euro, so halt auch in der Sunto. Einen Ghostrunner-Modus gibt es noch, das ist so eine Art Pacer für deinen Lauf. Einen Triathlon-Modus, sodass verschiedene Sportarten in einer Aktivität festgehalten werden können. Und noch diverse weitere Funktionen, die man oft erst später entdeckt und vielleicht auch so ein bisschen Special Interests sind. Kommen wir zum Fazit, läuft das Ding oder nicht? Und da bin ich nicht so wirklich zum eindeutigen Ergebnis gekommen. Die Uhr ist für mich so eine Mixed Bag. Die Sunto 9 Peak ist eine solide Uhr, die einige interessante Funktionen hat, die halt einen kleinen Teil von Sportlern besonders interessieren dürfte. Diese werden mit der Uhr sehr gut bedient. Stichwort Akku beispielsweise. Ultraläufer dürften davon mitsamt seinen intelligenten Modi begeistert sein. Ja, und dann das Design der Uhr ist sehr ansprechend. Der Funktionsumfang ist stark. Die zugehörige App, die arbeitet zuverlässig. Der Navigationsmodus ist klasse. Und die Schnellladefunktion verhindert kurz vorm Lauf halt Frustration. GPS-Modus und Herzfrequenzmessung am Arm sind eher so Durchschnitt. Die Sauerstoffsättigungsmessung ist noch ausbaufähig. Und es gibt zum Beispiel keinen EKG-Modus. Negativ bis nervig ist die Navigation in der Uhr samt Touchsteuerung. Die Uhr reagiert einfach zu träge, sodass ab und an echt Ärger aufkommt. Sich in die Bedienung einzuarbeiten dauert auch seine Zeit und bedarf auch ab und an eines Blickes ins Internet oder in die Anleitung. Und sowas kennt man eigentlich von vielen anderen Uhren nicht so. Aber das ist nur mein persönliches Empfinden. Ja. Kommen wir dann zum Abschluss zum Preis. Die Uhr schlägt mit über 500 Euro zu Buche. In der teureren Titan-Variante sogar über 600 Euro. Allerdings würde mich davon abhalten, so eine Uhr zu kaufen, die nicht richtig rund läuft. Aber vielleicht wird ja hier noch von Seiten Suntos nachgebessert. Soweit so gut. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Infos bekommen, die euch helfen, eine Kaufentscheidung zu treffen. Wenn ihr mögt, nutzt gerne den Affiliate-Link in der Videobeschreibung. Das kostet euch nichts extra, bringt mir aber eine kleine Provision. Und wer den Kanal anders unterstützen will, kann dies gerne über Buy Me Your Coffee machen. Link in der Beschreibung. Und sonst freue ich mich über Abos, Likes und Kommentare. Apropos Kommentare. Erwägt ihr die Uhr zu kaufen? Was ist für euch ein Kaufargument? Oder was spricht gegen die Uhr? Habt ihr bereits selber Erfahrungen mit der Uhr gemacht? Dann schreibt es in die Kommentare. Das war's, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Europang fürii.